Fangen wir mal ganz oben oder ganz unten an. Was habt ihr so an Mannschaften, in welcher Altersstufe, in welchen Ligen, wo seid ihr tätig? Also oben angefangen, wir sind in der dritten Liga, spielen dort auch schon seit der Gründung der dritten Liga und möchten auch gerne irgendwann mal zweite Liga spielen. Darunter die zweite Mannschaft in der Oberliga und dann geht es dritte, vierte Mannschaft spielen in der Bezirksliga, die fünfte Mannschaft in der Bezirksklasse, sechste Mannschaft dann Kreisliga und die siebte Damenmannschaft spielt Kreisklasse. Darunter haben wir natürlich in jeder Altersstufe auch Mädchen im Jugendbereich, A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, E-Jugend, F-Jugend. Also dass wir ungefähr 140 bis 150 Volleyball-Mädels haben und darüber hinaus auch noch eine Herrenmannschaft. Und du hast mir vorher erzählt, ihr wart schon unfassbar oft bei deutschen Meisterschaften, oder? Mit Jugendlichen qualifiziert. Wie oft insgesamt? Ja, wir haben es seit 2004 tatsächlich 27 Mal geschafft, zur deutschen Meisterschaft zu kommen. Und in diesem Jahr durften wir in der C-Jugend den deutschen Meistertitel ganz überraschend gegen Dresdner SC gewinnen. Nicht überraschend, sondern verdient, oder? Wenn man deutscher Meister wird, dann ist das auch verdient. Aber 28 Mal sich zu qualifizieren für deutsche Meisterschaften, das finde ich schon stark. Im Hintergrund sehen wir viel an Bildern hier, was ihr habt, so tolle Momente, Fotos von großen Spielen oder von Zusammenkünften, die ihr habt. Ich war schon hier bei euch, wo ihr dann nach dem Trinken, nach dem Spieltag hier draußen einfach den Grill hinstellt und da gemeinsam dann grillt und ein paar Bier zählt, dann die Toren auffällt. Also das heißt, es passiert schon viel hier im Verein. Ja, wir haben es halt geschafft, auch eine gewisse Begeisterung für Volleyball zu wecken und die Mädchen und die Damen kommen halt regelmäßig zum Training mindestens dreimal die Woche. Es ist halt so, dass wir durchaus starke Jahrgänge haben, wo viele Mädchen kommen und es gibt auch Jahrgänge, wo weniger Mädchen kommen. Wir bekommen sie nicht über die Schule, sondern allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda und halt viel über die Geschwister und weitererzählen. Jetzt muss man sagen, Bad Lahr ist ein Ort, in welcher Größe die Einwohner sind hier? Knapp 10.000 Einwohner und von der Schule her ist es halt nur eine Realschule und Hauptschule gemeinsam und eine Grundschule. Leider kein weiterführendes Gymnasium, was ein bisschen schade ist. Aber es ist ein paar Kilometer weiter in den Nachbarorten. Ja, genau, in den Nachbarorten. Dann, ja. Okay. Dann, ja. Vielen Dank.